Wir beginnen mal wieder mit den Daten, denn tatsächlich ist es im Moment sehr, sehr spannend zu sehen. Nachdem der Markt ja eigentlich so ein bisschen eingeschlafen war, heute der DAX ja gar nicht so schlecht, also gucken wir uns gleich nochmal an, sind es heute aber die Daten, die interessant gewesen sind. 14.30 Uhr gab es Daten zu den PPIs, das sind die Produzentenpreisindizes oder die Erzeugerpreise, wie man es auch immer sagen will, und das ist schon sehr, sehr auffällig. Ich habe hier mal eine Zeile markiert, im Jahresvergleich 6,6% gestiegen, erwartet waren nur 6,3%, also noch teurer als erwartet. Tja, was bedeutet das? Für die Unternehmen wird es immer teurer, wenn es aber für die Unternehmen immer teurer wird, dann gibt es entweder zukünftig geringere Gewinne bei den Unternehmen oder aber höhere Preise im Retail-Bereich, also sprich für das, was die Kunden dann hinlegen müssen. Das wird spannend, was die Inflationsfrage angeht und das ist ja ein ganz, ganz wesentliches Thema, was wir im Moment da auf dem Plan haben, deshalb müssen wir gleich unbedingt mal kurz einen Blick auf Gold werfen und natürlich auch auf die Indizes. Also ihr seht, von der Seite aus gibt es eine ganze Menge Einfluss, ansonsten hatten wir heute noch die Retail-Sales, da seht ihr selber jetzt schnell drüber hier, das will ich gar nicht ganz groß hier in den Fokus bringen. Die Zahlen sind sowieso sehr eigenartig, natürlich auch wegen Corona, wegen Lockdown hin oder her, sind da natürlich die Zahlen ja etwas eigenartig, wie sie anmuten da tatsächlich. Aber na gut, das soll nicht das Thema jetzt für heute sein. Ich denke mal, die Inflationswerte, das ist das Entscheidende. Und Inflation, das wird immer schnell mit Gold in Verbindung gebracht. Da hatte ich ja gestern schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, gestern war es, ich weiß es nicht. Ich rede ja quasi täglich irgendwie darüber und da hatten wir schon mal so angedeutet, ja, Korrektur hier ist das eine, wunderbar, das würde ja durchaus passen, aber nicht nur eben diese Korrektur, sondern jetzt die Frage, wie geht das jetzt hier weiter? Und das wiederum ist eher etwas, was zumindest mal zeitweilig für eine bullische Idee spricht, wenn der Markt das dann überschießt. Also ihr seht, dieses typische Verhaltensmuster, was ich ja immer wieder anspreche, könnte sich hier bei Gold aktuell im Stundenschart tatsächlich sogar ergeben. Ergeben, kurzfristig vielleicht sogar noch auf einer kleineren Ebene, aber das ist jetzt hier nicht Thema dieses Videos, sondern hier eine Stufe höher eben entsprechend. Also hier aufgepasst, das ist zumindest mal mit dem Schub nach oben ein erstes Aufmucken in Richtung bullische Seite, zumindest mal vorläufig. Es kann ja auch nur bei so einer Zwischenbewegung bleiben. Und diese Abwärtsbewegung, die wir haben, die fast seitwärts anmutet, auch tatsächlich von uns eher als eine Art Seitwärtskorrektur klassifiziert ist, so ist es zumindest mal klassischerweise genannt, wenn die Hochs hier ähnlich hoch sind. Und trotz alledem, das Ganze ist eine Korrektur und dementsprechend gute Chancen, wenn, ja ganz wichtig, wenn der Kurs auch wirklich nach oben hier bricht, also hier die Zwischenhochs beispielsweise, oder auf der kleineren Ebene hier Schub hoch, wackelig runter. So ähnlich, wie wir es hier oben ja immer wieder auch angebracht haben, dann nur auf der kleineren Seite. So, ich habe es aber angedeutet, wir müssen natürlich auf den DAX gucken. Der hatte heute schon gut gestartet, eigentlich ist aber inzwischen auch im Minus, beziehungsweise im Minus ist er per se noch nicht, zumindest wenn man es auf den Schlusskurs beim Index jetzt betrachtet, aber gemessen der Eröffnung ist er jetzt zumindest mal wieder ein bisschen runtergekommen. Also so, da muss man schon das in diesen Zusammenhang bringen. Also so richtig der Push, der ist offensichtlich noch nicht gelungen, was wir da jetzt haben. In Amerika ebenfalls der Dow Jones, wenn wir uns den mal angucken, hier schwach unterwegs. Allerdings auch im buchstäblichen Sinne schwach. Schwach zwar, was die Richtung angeht, also eben nicht mehr nach oben, aber eben auch schwach, weil nicht stark, nicht massiv nach unten. Wir haben zwar steile Flanken runter, ihr seht das. Hier ist eine steile Flanke, hier ist eine steile Flanke, jetzt aktuell steile Flanke runter, aber auch ähnliche steile Flanken hoch, steile Flanken hoch, steile Flanken hoch. Das heißt, viel hin und her gewackelt. Ich denke, da wird sich auch vieles so ergeben, noch bis zur morgigen Notenbank-Sitzung. Klar, man kann auch hier tendenziell sagen, was wackeliger ist, das wird dann als Gegenbewegung gesehen und dann in Trendrichtung nochmal. Also das könnt ihr natürlich heute Nachmittag dann gegebenenfalls auch nochmal fahren, wenn auch vorrangig bei den Indizes, den Blue Chips und dem Standardwerte-Index. Hier jetzt der S&P 500 offensichtlich auf der Abwärtsseite, denn auch das hier ist eher etwas, was eben nach unten zeigt. Nasdaq ist ebenfalls nicht optimal mehr drauf. Wir hatten ja die letzten Stunden gesehen, dass die eigentlich gar nicht so schlecht aussah, im Verhältnis zumindest mal zu den Standardwerten. Jetzt holt es hier aber ebenfalls die Situation ein, denn die hohen, also noch deutlich höheren Erzeugerpreise, die lassen natürlich die Sorge nicht einschlafen, dass die FED in irgendeiner Form morgen reagieren wird in der zweitägigen Sitzung. Heute sind sie ja schon dran, morgen wird dann vermeldet. Also die Sorge deshalb einigermaßen groß, dass da Tapering immer früher kommt, je mehr eben das mit der Inflation dann doch noch ein Thema wird. Wir werden das Ganze sehen. Aber der Überschwang an Druck oder Drang scheint im Moment zumindest mal nicht da zu sein. Na gut, wird es also wohl ein bisschen in der Verschnaufpause noch bleiben, bis möglicherweise auch morgen, bis wir die Notenbank hören, dann mit ihren Aussagen. Nicht so sehr die Zinsentscheidung, die spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, sondern die Frage, wie viel Geld soll noch künstlich kreiert werden oder soll Geld wieder zurückgeführt werden? Also das ist das entsprechende Thema. Dann geht das los, wie schnell, in welchen Größenordnungen und Schritten soll das Ganze stattfinden? Das ist, glaube ich, eigentlich das Moment, auf das der Markt aktuell eben wartet. Und bis dahin werden wir noch ein bisschen geschwurbel in die eine und die andere Richtung sehen. Ich wünsche euch jetzt für eure Handelsentscheidung erstmal alles Gute. Wer will und wer weiß, wer mitgemacht hat schon, der weiß, dass bei Born4Trading gibt es natürlich dann zusätzliche Informationen, die wir dann auch im Laufe des Tages dann immer mal zwischendurch einstreuen über aktuelle Situationen, die man da handeln kann. Deshalb, wer es nicht schon getan hat, kann das ja ruhig mal ausprobieren. Einfach mal anmelden, mal gucken, was das Ganze ist. Ansonsten wünsche ich euch so oder so erstmal alles Gute und einen erfolgreichen Handelstag.